übrigens hallo und herzlich willkommen zu einer neuen video wir probieren es einfach mal gucken was dabei rumkommt da muss ich aber selber warte mal da mache ich auch so herzlich willkommen bei einem neuen video auf meinem kanal dem ich bin ich bin nicht mit ich spiel gerade mein prof zu seiner position ist wieder so weit ja ist so ein trainer ich treffe die cam nicht nein ich habe schon kaputt ich glaube die chemischen kaputt oder andere spiele auf dieser karte weiß ich mal wo es die kämpfe gibt es nicht mehr wo er ein spiel ist sollte da glaube ich mit runter habe ich nicht getötet ja hast du ich hab mal gesehen du hast eingesehen also ich habe der ganzen bildschirm verleckt ich hab's in der aufnahme das wird hochgeladen ich glaube da saß links in der ecke wenn du durch die tür gehst hallo ja ich kann keine drohne werfen frede muss er töten das ist gut gemacht so ziel wo ist der kleine luke da hinten bei mir er hat noch full ap den aber nicht wie er hat noch full ap wie er es nicht geschafft ihr bettelt euch und der hat voller peter kann sobald die bedrohung neutralisiert ist in behälter sichern das war kein eigener druck erfolgreich alles easy das sieht gerade schwierig aus der war so dark so als ob er jetzt kein kopf mehr der hat aber ganz schön reingesprayt der gute back na ich muss ja mit mute gewinnen ja ja endlich wieder ein ordentlicher mute spieler ich muss ja puls nehmen Leute ihr müsst euch die runde gewinnen also echt hart wenn man mit puls ähm ne runde gewinnen muss wer nimmt schon freiwillig puls nein da locken sie dich mit ansehen weil die bildung hoch genug ist so ja weil er die störse in der wieder an mann hat ja richtig tut mir leid die gemme ihr wolltet also jetzt stellt das so hin als wir das wollten du musst doch damit gewinnen ja funktionierter habe ich das auch der fliegt dabei ja auch die üblichen für dich da kommt sie jetzt auch in der zweiten runde ja der vorher habe ich das so ganz unterschiedlich so ich bin echt gespannt auf mute beim namen aller ehre mal mute mania bei mir wurde gerade angezeigt dass ich ein team direkt zerstört hätte obwohl ich nur glaub noch zehn sekunden weißt du das hasse ich mann zwar pass auf wenn du das nächste mal machst so zum kotzen muss man dasselbe hier wie hat er den jetzt gefunden ach weil er das ja ne weil die mal wieder hier die tür aufmachen und nicht zu machen können macht hier oben die sind ja du bist noch nicht viel besser ich habe keine die kommen bei euch jetzt zwar rechts von dir ne weil du nach links guckst wundert mich das deswegen ich habe keine ahnung was bei dir aus ist ich bin geblendet ich bin hier gerade echt mal höre mal auf mann ich bin da hinten aus der ecke jedes mal dasselbe hier aua meine beine aua können wir dann wieder belegen ich stell mir gleich leck mich am arsch junge jedes mal dasselbe nur warum ja meine ganz nett dass hier drei mann unterwegs sind oh da lieben alle sind nur noch zwei wir gewinnen die runde so easy ja mann alle gegner da wollte er zeigen dass er mit puls auch mal was machen kann er wollte unbedingt dass man auf youtube sieht dass puls gar nicht so useless ist das ist wieder ein 30 sekunden highlight best puls kill ever ne ich habe den gar nicht auf dem gerät gesehen ich habe nur gesehen dass da vorne einer umgefallen ist weil der charakter einfach nichts taugt nicht wirklich die gegner in der nähe hört man auch da braucht man nicht den puls die armen jetzt angst wieder wenn wir nur zu dritt drin hocken die sache ist wenn die genau über dir sitzt man kann es einfach so durch die decke schießen wenn er genau weiß wo die sie jetzt sitzt das stimmt bei mir hat er immer ein bisschen das Näschen dann fall ich mich verdammt ey toll irgendwie halt mann ey echt reißt dich mal zusammen jetzt ich war doch kurz vor dem Ziel vor dem Ziel was die Etage zu und wir haben Frost Frost it's so excited wow ok nein Frost das macht Spaß Frost sag wieder Frost oh wer ist denn der Rook it's Frost Frost it's so excited von hier aus bin ich ja noch nie gestartet boah das ist das ist alles so aufregend ne ja das ist so neu oh da muss ich ja rein Alarm Alarm so warte 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 zack Frost Chuck Drohne wird aktiviert Frost down ja geil Sprengladung bereit hallo Punkte fahrgutbehälter sichern guck mal er rennt einfach rein und macht hier ein auf Babo das gibt's doch gar nicht hey wer hätte den anderen gekillt oder ist wieder wer gelieft oh ja wieder ach schade hab ihr den gesehen schade 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 ja kurze Folge ne cool 8 Minuten easy er sagt das wir sehen uns beim nächsten Mal wieder macht's gut ciao schade